Ich war heute Morgen länger beim Zahnarzt. Ich hoffe, ihr seht das Ergebnis auch über die Bildschirme. Ihr seht auch an dieser Einleitung, dass ich heute mit keinem ganz bierärztem Thema um die Ecke komme, aber durchaus mit einer relevanten Debatte, die in der vergangenen Woche meine Kollegen in Ingelheim angestoßen haben. Und zwar geht es um die Kleiderordnung am Arbeitsplatz. Ganz spannendes Feld. Ich finde in meiner Wahrnehmung, dass es da im Moment viele Diskussionen gibt und auch einen gewissen Wandel. Wenn ihr euch jetzt mal an euer Arbeitsumfeld erinnert, glaube ich, ist die Quote an Leuten, die Anzüge tragen, zum Beispiel sehr, sehr zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, was Herrenausstatter heute noch außer gewissen Branchen an Verkaufszahlen haben, weil zum Beispiel hier im Haus sieht man Leute eigentlich sehr, sehr selten noch im Anzug, außer bei besonderen Anlässen. Und da würde mich jetzt einfach mal an dieser Stelle interessieren, was bei euch so die Einschätzung ist, was im Moment an Kleiderordnung am Arbeitsplatz angesagt ist und was eher nicht geht. Aus meiner Sicht gebe ich mal so ein paar Leitplanken. Natürlich ist die Diskussion aufgekommen bei den heißen Temperaturen, die wir vor allen Dingen in den letzten Tagen hatten. Ich finde Flipflops wären mir schon zu wild, ehrlicherweise. Ich bin schon ein Fan von geschlossenen Schuhen, aber Birkenstock oder Sandalen lasse ich mir auch gefallen. Flipflops hat ein bisschen zu sehr Freizeitcharakter. Ich bin eigentlich auch eher der Typ, der auf eine lange Hose setzt. Röcke natürlich ausgenommen, aber kurze Hosen, finde ich, entspricht mittlerweile auch einem gewissen Zeitgeist. Wovon ich mich gar nicht anfreunden kann, ist tatsächlich eine Kappe in geschlossenen Räumen. Da bin ich noch sehr klassisch sozialisiert. Ich habe immer gelernt, wenn man in einen geschlossenen Raum kommt, sollte man die Kappe ausziehen. Ja, und was Hemd angeht, in meiner Position vielleicht schon. Ansonsten sind natürlich T-Shirts und Tops gerne gesehen und einfach auch dazu beitragend, dass man sich am Arbeitsplatz wohlfühlen sollte. Aber das ist für mich so ein bisschen die Klammer, komplettes Freizeitoutfit im Büro finde ich jetzt auch nicht angesagt. Wie gesagt, postet gerne unter dem Beitrag eure Meinung, eure Vorschläge, wie ihr die Diskussion wahrnehmt, wie ihr am Arbeitsplatz auftretet. Und kleiner Spoiler für meine kommenden drei Wochen, da werde ich in der Regel in kurzer Hose unterwegs sein, aber nicht, weil ich auf der Arbeit bin, sondern weil ich Urlaub habe. Das heißt, wir sehen uns an dieser Stelle in drei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch und wünsche euch eine schöne Zeit.